das ist mir wieder zeit für ein neues video diesmal sonntag der zweite tag an der strecke beziehungsweise ich bin ja hier an der straße es ist weniger los aber ja mal was neues ich habe sogar vom letzten jahr noch nicht alles hochgeladen das muss ich auch noch machen was man sagen wollte ich würde wahrscheinlich dieses video auch noch eine szene reinschneiden die habe ich diese woche auch gefilmt da hat ein taxi hat durchgezogene linie nicht beachtet und da hat ein lkw mitgenommen man sieht nur in der ersten sekunde vom video wie die reifen noch am durchdrehen sind wie der lkw das taxi noch schiebt so 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Ja, das ist die Rakete. Rakete. Oder steht da Paket? Untertitelung. BR 2018 Ja, die werden immer nervös. Wenn die um die Kurve kommen, dann auf einmal hier so Kameras stehen. Beziehungsweise stehen ja nicht so, dass sie umgehen. Der hat es eilig. Untertitelung. BR 2018 Ja, das ist die Rakete. 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 Kommen. Kommen. Ja so, da ist die Rakete. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020